Hallöchen alle zusammen! Hier habe ich jetzt einmal ein Ei drin, jetzt geben wir dazu Joghurt oder Quark. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Dann brauchen wir etwas Zucker, Mehl, etwas Backpulver. Man könnte jetzt auch noch Rum dazugeben. Ich hätte sogar ein kleines Fläschchen da, das habe ich mir extra mal für Backsachen geholt. Ich lasse es jetzt aber trotzdem weg. Ich schreibe es aber ins Rezept mit rein, eine Prise Salz und dann könnt ihr das ja einfach machen, wie ihr möchtet. Und Vanillezucker. Und man könnte auch noch Rosinen dazugeben, beziehungsweise eingelegte Rumrosinen. Wer mag, wer meine Videos kennt, weiß, dass ich Rosinen hasse. Deswegen kommt es bei mir schon mal auch nicht in die Tüte oder hier in die Schüssel. Und deswegen habe ich jetzt für mich alle Zutaten zusammen. So, jetzt habe ich hier mein Öl. Wenn ich jetzt hier das Holzspießchen reingebe, sehe ich, dass da Blubberblasen entstehen. Und das heißt, dass mein Öl heiß genug ist. Und jetzt kann man es so machen, dass man es entweder danach auf dem Küchenpapier gibt. Ich habe jetzt hier eine Schüssel mit Zucker stehen, also mit Kristallzucker. Und werde es dann da rein geben, dass der Zucker auch direkt haften bleibt. Aber man könnte das natürlich auch abkühlen lassen, also auf dem Krepppapier, Küchenkrepp. Und dann mit Puderzucker bestreuen. Aber jetzt gucken wir erst mal. Achso, ich wollte das eigentlich, dass ich den Löffel hier erst reingebe, dass das dann einfacher vom Löffel abgeht. Jetzt habe ich natürlich den falschen Löffel, also den Löffel, der nicht im Öl drin war. Was ich halt daran gut finde, da braucht man halt auch nicht so viel Öl, weil man kann die ja, kann die Größe ja so bestimmen. Und dann muss jetzt nicht der ganze Topf dann voller Öl sein. Schups. So, jetzt lassen wir die erstmal. Die brauchen ja auch ein bisschen Platz für sich. Und wenn die dann an beiden Seiten die gewünschte Bräune haben, kurz abtropfen lassen. Und wie gesagt, ich gebe es jetzt da in den Zucker rein. Ja, und so einfach und so schnell haben wir unsere frittierten Bällchen. Ich nehme mir jetzt mal hier das kleine und beißt da jetzt einfach mal genüsslich rein. Der Teig ist mega fluffig. Ganz soft. Super lecker. Und ja, und deswegen habe ich alles gesagt und kann jetzt nur noch hinzufügen. Macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020